Ereignis hat sich das rund 60 Kilometer von Washington D.C. entfernt in der Hafenstadt Baltimore. Dort führt eine vierspurige Autobahnbrücke über den Patepsco River über eine Länge von 2,6 Kilometern. Gestern Nacht ist das Schiff statt auswärts unterwegs, sein Ziel ist Sri Lanka. Unvermittelt fährt der Frachter gegen einen Stützpfeiler. Die Brücke bricht zusammen, reißt Autos mit sich. Emma Thewissen berichtet. Das Ergebnis des Tarifkompromisses, die 35-Stunden-Woche. Dafür hatten die Lokführerinnen und Führer gekämpft. Die Schichtarbeiter haben nun die Wahl, von 38 Wochenstunden schrittweise auf 35 zu reduzieren, bis 2029. Aber sie können auch mehr arbeiten, bis zu 40 Stunden, wenn sie wollen, und damit auch mehr verdienen. Plus 2,7 Prozent pro zusätzlicher Stunde. Nach dem langen Tarifstreit ist die Erleichterung groß. Hans-Jürgen Piel. Prozent der armen Menschen minderjährig. Fast ein Viertel sind Rentnerinnen und Rentner. Und ein weiteres Viertel sind Erwerbstätige. Als arm gelten Single-Haushalte, die weniger als 1.186 Euro im Monat zur Verfügung haben. Bei Alleinerziehenden mit einem Kind liegt die Schwelle bei 1.542 Euro. Mehr jetzt dazu von Schengis. , glaube ich. Mehr haben.